Sehr geil. Was brennt hier eigentlich? Oh, da ist ein irgendwas abgestürzt. So, wo ist da oben wer? Und da hinten auch. Hier noch was? Warte, unten sind wir auch nicht reingekommen, ne? Weil grün. Genau. Was sagt die Uhr? Ja, kommen die nehmen wir noch mit. Hier ist aber auch noch was. In der Höhle da. Guck mal, jetzt zeigt er hier immer noch was an. Nicht gesehene Scan. Ach so, ne, ist aber was anderes. Okay, okay. Okay. Da scheint noch ein Eingang zu sein, da unten. Komm, geh mal runter. Hier. Hui. Was sagt denn hier? Ne, war das hier? Ne, war ein bisschen zu weit. Kleinen Ticken zu weit. Guck mal, er reit hier. Zweit für einen Ausritt, Kumpel. Hier. Oh, Licht. Das große Tal. Ehrlich? Okay. Alter, da waren wir noch gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Okay, also da unten ist was. Da. Das holen wir aber jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal, guck mal da, unterm Wasserfall ist noch eine Disc. Das ist erstmal gucken, ob wir da rüberkommen, irgendwie. Das reicht doch im Leben nicht. Und wie das reicht. Oha, oha. Da. Was hast du da gefunden, Kumpel? Ein Warnschild. Okay, da rutschen wir runter. Kommen wir doch wieder hoch? Ja, muss ja. Okay. Moin. Oh, 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 oh. Das war nicht fair. Natürlich war das fair. Fair und korrekt. Aber kein Blut in diesem Teil. Dann gehen wir hier hoch. Und rüber. Und ein Echo. In einer Höhle. Klingt, als wäre da unten ziemlich viel los. Hm. Futterplätze. Oh. Oh, okay. So, dann war hier was. Sehen wir es uns an. Eine ökologische Studie. Wer prioriert? Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Domo ariga, domista, probato. So. Kurz die Lage checken. Hier haben wir aufgeräumt. Da unten wäre noch was. Die Zeit lässt es zu. Also nichts wiederes. So. Ist es hier um die Ecke, oder? Komm. Du kennst dich auf Kaubau aus, oder? Oh, es wird aufgehört zu brennen. Frisch abgestürzt, ne? Oh, der geht's runter. So, war doch hier, ne? Ja, da unten rechts. Okay. Stirbt das Vieh, wenn ich da jetzt springe? Nö, cool. Awe. Aufhören. Oh. Der war gut. Ja, komm. Kommt's nicht weg. So. Samen. Ey. Jetzt. Diese Samen wären perfekt für den Garten. Hm. Oh, da oben sehe ich eine Batterie. Und hier ist die Höhle. Okay, gehen wir mal gucken. Hihi. Hier geht's. Nicht rein. Fuck. Scannen. Die Prospektoren hatten keine Chance. Wie gut. Kommt man da noch hoch. Warte mal. Ah, hier ist noch irgendwas. Da oben. Ah. Nehmen wir den einfachen Weg. Aber da sehe ich schon. Ein Echo. Schnipp. Ja, cool. Das ist alles ein großes Missverständnis. Wirklich. Ihr müsst mich gehen lassen. Ach ja. Warum sollten wir das tun? Ich kann euch nützlich sein. Ja, genau. Was immer ihr wollt. Ich bin euer Frosch. Wir werden sehen. Okay. Der Boss sucht irgendwas. Finde es oder wir finden dich. Ah, Tögel war das. Ah, war jetzt gedacht. Ja, geil. Wir machen Fortschritt. So, was wollen wir als nächstes in Angriff nehmen? Ah, ja, hier wollten wir rein, ne? Okay. Ah, so ein Teil. So, die Batterie da oben, die reizt mich ja auch ein bisschen, ne? Warte mal, wo wollen wir hin? Hier rechts hoch. Auch eine Batterie. Warte mal. Was mache ich, Sauer? Komm, weg. Warte mal, weg. Piste. Null. Null. Im Kampf nicht verfügbar. Ach, da. Komm. Pass mal. Großkaliber. Da ist auch was. Da will ich auch mal hin. Und grünes Dingen. Muss man da von der anderen Seite kommen? Na, ist dieses Teil. Ne, ich will jetzt erstmal da rein. Da rein. Seit Anfang vom Spiel will ich da schon rein. Und wusste nicht wie. Aber die Fähigkeit haben wir ja mittlerweile durch diese grünen Wände zu jumpen. What? Lass mich. Geh weg. Oh! Kommi! Oh! 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 die kommen da nicht durch aber hier sind viel weg mit euch ok so kurz checken da kommen wir noch ein stück weiter alles klar ein kriter ist das was hier zum jetzt gelandet hier noch mal gucken hier hier noch irgendetwas jetzt sieht nicht so aus aber hier was hast du gefunden die tiefen höhlen keine chance hier feuriges geschenk gesundheitssense halten beautiful schon vermutet dass hier noch was ist ein scan die wahrheit was ist hier kommen wir raus dann eventuell ein medipack ja ich weiß auch nicht warum er die ganze zeit sagt wir haben doch hier upgrade gekriegt nimm das nimm das ja dann nimm's halt da kommt mal mit die viecher verloren ich hab schaden verursacht die sache bleibt bestehen liga noch jemand eine frage so das haben wir gemacht da hinten ist noch was so aber ich würde sagen wir suchen uns einen meditations punkt was hier der fall ist ach hier war auch das ja stimmt können wir mal eben noch nach fähigkeiten gucken drei punkte haben wir ich glaube da war bei macht war da einiges soll man mal überleben was gibt es denn da eigentlich perfektionierte steam formel regeneriert zusätzliches leben wenn er ein steam welter von bd1 benutzt die kraft der freundschaft bd1 füllt einen teil deiner macht anzeige mit seinem steam behälter auf das ist alles nicht so wichtig ja maximale leben da einpacken ja 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 Ah, hier, das geht auch. Verkürzt die Aufladezeit von Fokusangriffen. Das ist doch... Das ist doch hilfreich. So. Ja, wunderbar. G login wird! Vorspenden Dir invaded von Fokusangriffen Abs Helooh Zum Erfolg Untertitelung des ZDF, 2020